Reingeschoben, jetzt kriegst du das nicht mehr raus, ne? Und jüten tut es vielleicht nicht mehr rein. Aha! Jetzt kommt der vorne rausgeschoben, oder? Ja, klappt hier. Was, dass wir den rumdrehen, das klappt irgendwie nicht. Äh, äh. Äh, äh. Fein. Zweite. So. Echt dann? Oh, schlick Scheiße, du... ...ik. Klasse. Das war's.